Willkommen zurück zu Dead or Alive 4. Es gehts nun weiter. Ich bin gespannt, wie heute meine Laune ist. Es könnte wahrscheinlich sein, dass ich wieder ein bisschen laut werde. Denn die Nacht war für mich nicht sehr gut. Ich bin in der Nacht häufig wieder aufgewacht. Das letzte Mal hatte ich mit Elliot in Story Mode durchgespielt und heute kommt Zack. Mit dem ich auch noch einen weiteren Charakter freispielen werde. Übrigens, ich habe mittlerweile herausgefunden, wie man diesen komischen Konter machen kann. Wenn ich den überhaupt noch weiß. Denn nach der Aufnahme vom letzten Part hatte ich nochmal getestet alles. Im Trainingsmodus. Oh, Alter. Das war ja auch richtig ein Unpair wieder. Alles klar, Zack. Es wird alles wieder gut. Drei. Drei. Ready? Woo! 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 Winner! Zegh Kut! Yeah, that's what we are seeing, Zegh. That's what we are seeing. Get ready? Go! 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 Also mit Deck kann man sehr gute Kombos machen. Ich bin zwar nicht so ein Deck-Spieler, aber... Kommen wir jetzt Christi oder was oder Helena oder Ayana oder Hitomi oder eine andere Ninja? Ist der lebensmüde? Oh. Kann ich auf das Uuuuuhh Alles klar? Hä? Was hat Brad Wong jetzt damit zu tun? Habe ich sogar ein Perfekt geschafft? Kann es sein? Haha, das ist super schreck! Aber dennoch, was hat Brad Wong jetzt damit zu tun, dass er den Tower hochgeklettert hat und dann von Vögeln angegriffen wurde? Ich fand dieses Video sehr unlogisch. Ich mag die Musik! Okay Ja 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 Komisch! Jetzt auf einmal möchte der Konter nicht mehr funktionieren! Wie es im Training war! Oder drücke ich jetzt wieder was Falsches? Ich glaube das war Kreuz! Ja 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 Also es ist heute Ganfu der Gegner, bei denen der Kampf lange dauert! Ja, komm, Alter, das ist doch letztendlich. Jetzt sind wir schon wieder dort, quasi, bloß jetzt bei einer anderen Stelle. Alter, der ist wirklich ein Draufgänger und ist richtig schmütig. Von dieser Logik möchte ich jetzt auch nicht reden. Er wäre normalerweise tot. Nein! 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 Hä, was war das denn jetzt gerade von dir weg? Auf deck Alter, reich dich bitte jetzt zusammen, ja? Oh Gott So, jetzt... Müsste Dings rank... rank kommen, oder? So einen Fahrschuh möchte ich auch haben Nein? Ich weiß nicht, dass ich nicht sterbe Ich weiß nicht, dass ich nicht sterbe Ich muss jetzt ernsthaft gegen Alpha kämpfen wieder Oh, nein Warum sie? Aber warum krieg ich jetzt nicht den Charakter, mit dem ich ihn dann freispiele, den... ...einen Charakter Das ist typisch, der Kampf gegen Alpha Das ist typisch, der Kampf gegen Alpha Die ist aus der Reichweite... ...schützt mich aber plötzlich trotzdem Nein! Was mache ich? Ich bin doof blue Wash Ich weiß kein Leere so oder so wieder Das werde ich mir angucken Okay, gut Ich wollte gerade sagen Es sah zuerst so aus Als wäre sie in die Paus reingetreten Äh, reingetreten, genau In die Paus reingelaufen Wieso Alter, das hat jetzt wieder gesehen, den Betrug Ich hab sie mehrmals getroffen Trotzdem hat es nicht gezählt Das war jetzt wirklich albern gewesen, ja Aber wenn sie Aus der Reichweite so mischt haben, plötzlich drückt Das fehlt dann als Treffer, hm Hm, da sieht sie schon wieder Sie war nicht mal richtig in der Range Und trotzdem zählt sie als Treffer Und ich war von richtig in der Range gewesen Und hab sie offensichtlich getroffen Und das ging auch gar nicht Überhaupt nicht Den Moment, wo sie mich quasi da unten angegriffen hat Hab ich auch schon längst gedreht Sie kann mich also den Moment nicht gegriffen haben können Aber was erwartet man von dieses Spiel noch Außer Betrug Und hin und wieder mal Rage Ach, halt's Maul Sag sie jedes Mal Bis ich will die Kontrolle haben Ich hab keinen Kontakt mehr Ich bin behinderten gekommen Das war meine Domei jetzt Ja, greift da weiter an, so Idiot! Hm? Alter! Das ist jetzt... Fick dich! Halt zum Maul, Alter! Oder schlachte dich! Was? Was? Warum weiterkämpfen? Was? 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 Das war jetzt richtig offensichtlich, Spieler! Und ich finde, mit dem Beamen sollte erst funktionieren, wenn es als Angriff gilt! Und nicht einfach so! Ich hoffe, dass Alpha nicht im Dead or Alive 6 dabei ist! Und dafür gibt es ja schon ein paar, so viel! Und dafür gibt es ja schon ein paar, so viel! Was? Mann, Alter! Man kann's auch übertreiben jetzt langsam, ja? Hallo? Rennen! Du bist doch so bescheuert! Du bist doch so bescheuert! Du bist doch so bescheuert! Und da sind auch frische Batterien drin! Oh! Was? 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 Oh! 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 Jetzt machst du den scheiß Kampf zu Ende. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Ich habe heute noch einen Termin. Ich habe noch wenig Zeit. Was ich gerade auch sehe. Ja, jetzt wird man hier wieder verarscht. Das war höchstens Pesch. Schmeiß den Controller gleich gegen die Wand. Oh, jetzt funktioniert er nicht mehr, oder was? Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht? Hä? Ich habe zwar jetzt kurz die Batterien rausgeholt. Aber wieso wird plötzlich fortgesetzt? Ich müsste eigentlich nicht dieser Counter zeigen. Hier ist ein richtiges Game Over. Und ich finde, wenn man sie dem Moment auch angreift, dass es auch nicht zählen sollte, dass sie sich trotzdem wegbehen soll. Oder kann. Sie haben hier richtig ein scheißiges Relekt mit Alpha. Ein nerviger und unnutziger Charakter. In der Toa Life Franchise. Ja, jetzt miss mich. Ich finde, dass du wieder deine Behinderten-Kombo rausholst. Und mich angeblich wieder ein süß. Komm schon. Geht doch! So Coo. Meine Fresse, Alter. Knapp 10 Minuten. Dann wieder so ein Scheiß. Niki, schnell! Das ist das! Adosan-Fuo, Adosan-Fuo, Adosan-Fuo! Es ist bestimmt eine Falle. Okay, der ist schlecht anonmiert. Ich kenne nicht mal dieses Problem, aber... Achso, bestimmt drehen sie quasi ja zum Film. Ich bin bereit, es tut mir aus. Ja, genau. Die Animationen von die Skelette, die waren richtig schlecht, meiner Meinung nach. Das Ende-Video ist auch ein bisschen übertrieben und ein bisschen klischee-mäßig, aber es war wiederum auch lustig. Das ist ein typisches Zack-Endvideo. So, und wie ihr schon davon gesehen habt, habe ich Leon freigespielt. Was er mit 6 zu tun hat, weiß ich nicht. Eigentlich hätte ich ihn erwartet, dass ich ihn freispiele. Aber naja. Es sind so nach drei Charakteren. Hier ist Leon. Also drei Charakteren, die ich freispielen muss, aber vier Charakteren, mit denen ich noch den Story-Modus spielen werde. Wahrscheinlich noch zwei, also hier die, man, die zwei und die. Es sei denn, die kann ich auch mit den, nee, Quatsch. Es wird ja nur gezeigt in der Galerie, dass es nur für die, also die Standard-Charakteren, Plätze gibt für Videos. Es sei denn, man kann dann nach unten scrollen, quasi. Sobald ich weiß, mit diesem Charakter, wenn ich hier mit die restlichen vier hier auch durchgespielt habe, freisch halte ich diesen Charakter frei und dann anschließend diesen Charakter. Ja, der ist ja ein Bonus-Charakter. Eigentlich sind ja die drei Charakteren, die mir noch fehlen, noch Allgemein-Bonus-Charakteren. Oder theoretisch, kann man sagen, die zwei. Aber naja. Ich bedanke mich dennoch, dass sie zugesehen hat. Und das nächste Mal geht es mit Leifang weiter. Auch ein Charakter, mit dem ich nicht wirklich gut umgehen kann. Aber naja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.